Samuel John Gunny Horre, erste Viscount Temple Wood, allgemein bekannter als Sir Samuel Horre, war ein konservativer britischer Politiker, der zahlreichen konservativen nationalen Regierungen der 1920er und 1930er Jahre angehörte. Horre wurde in Herro und im New College in Oxford ausgebildet. Erstmals in das Unterhaus wurde er 1910 in Chelsea gewählt. Im Ersten Weltkrieg diente Horre als Soldat und kehrte später ins Parlament zurück und wurde einer der wichtigsten konservativen Politiker, der sich gegen die Teilnahme am Kabinett des liberalen Premierministers David Lloyd George 1922 auflehnte. Er erhielt das Luftfahrtministerium, das er in verschiedenen konservativen Kabinetten der 1920er Jahre behielt. Als die Konservativen 1931 der Großen Koalition beitraten, wurde Horre Minister für Indien. Bekannter war er aber für seine Rolle als Außenminister 1935, als er sich mit der italienischen Invasion nach Äthiopien zu befassen hatte. Zusammen mit dem französischen Außenminister Pierre Laval entwickelte er das sogenannte Horre-Laval-Abkommen. Dass Italien eine beträchtliche territoriale Konzession in Äthiopien und den Ogaden unter italienische Hegemonie einbrachte. Der öffentliche Aufruhr gegen den offenbaren Ausverkauf der Äthiopie führte am Ende des Jahres zu Horres Rücktritt vom Außenministeramt. Nachfolger wurde Anthony Eden. Trotzdem blieb Horre auf wichtigen Posten in späteren Kabinetten. Von 1937 bis 1939 gehörte er dem Kabinett als Innenminister, seit 1939 als Lord-Siegel-Bewahrer an. Er war Mitglied der sogenannten Clive-Den-Clique. Bei Winston Churchills Berufung zum Premierminister 1940 verlor Horre seine Kabinettsposition und wurde als Botschafter nach Spanien entsandt. In dieser Rolle suchte er Francisco Franco zu ermutigen, Spanien aus dem Krieg zu halten, worin er erfolgreich war. Er blieb bis 1944 Botschafter, als er nach Großbritannien zurückkehrte und als Viscount Temple Wood of Chelsea in the County of Middlesex. Zum Pair erhoben wurde, der Titel erlosch bei seinem Tod 1959.